Hallo, hier zeige ich dir, wie du Punkte, Strecken und Figuren ganz einfach spiegeln kannst. Hier siehst du eine Gerade und einen Punkt. Diese Gerade ist eine Symmetrieachse. Man nennt sie auch Spiegelachse. Mit ihrer Hilfe wollen wir nun achsensymmetrische Figuren zeichnen. Wenn du den Punkt an dieser Achse spiegeln möchtest, dann brauchst du eine senkrechte Linie, die von dem Punkt durch die Spiegelachse verläuft. Dann messen wir den Abstand von dem Punkt zur Spiegelachse. Der Abstand beträgt hier 2 cm. Den gleichen Abstand messen wir nun auf der anderen Seite der Spiegelachse ab. Dann können wir den gespiegelten Punkt einzeichnen. Wenn wir einen Punkt auf Karopapier spiegeln, dann ist das Ganze noch einfacher. Wir denken uns auf dem Karopapier eine senkrechte Linie durch den Punkt und zählen den Abstand zur Spiegelachse. Hier haben wir 5 Kästchen. Diese zählen wir auf der anderen Seite auch ab. 1, 2, 3, 4, 5 und zeichnen den gespiegelten Punkt ein. Jetzt zeige ich dir, wie du eine ganze Figur an einer Achse spiegeln kannst. Zuerst markieren wir die Eckpunkte dieses Dreiecks und spiegeln sie genauso wie eben. Nun müssen wir noch die drei Punkte miteinander verbinden. Fertig ist das Spiegelbild. Zusammen sind die Dreiecke eine achsensymmetrische Figur. Merke dir, wenn du eine Figur spiegelst, dann ändern sich die Längen der einzelnen Strecken nicht. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Dieses Dreieck liegt nämlich über der Spiegelachse. Ich zeige dir, wie du hier spiegeln kannst. Zuerst markieren wir wieder die Eckpunkte und spiegeln diese nacheinander an der Spiegelachse. Dieser Punkt liegt genau auf der Achse. Er bleibt beim Spiegeln, wo er ist. Bei den anderen beiden Punkten musst du aufpassen, da sie nicht auf der gleichen Seite der Spiegelachse liegen. Dieser Punkt wird von oben nach unten gespiegelt. Und dieser Punkt wird von unten nach oben gespiegelt. Nun verbinden wir die Punkte. Fertig ist unser gespiegeltes Dreieck. Figuren an einer Symmetrieachse zu spiegeln, ist also gar nicht schwer. Erst spiegelst du die einzelnen Punkte der Figur und dann verbindest du die Punkte zu deiner neu gespiegelten Figur.